Synchron, Synchron-Darobahn, okay, und dann los ist es, und los ist es, und los ist es, okay, okay, und dann schaffst du es nicht. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil, ja, Multiplayer, und Dinner hat mich totgeschossen, einfach totgestorben. Und, ja, wir spielen zusammen mit Dena, wie ihr es schon gemerkt habt, die erste Folge wurden nonstop verfolgt, aber jetzt heißt es eigentlich, was anderes machen. Dena, was haben wir vor? Wir haben uns gedacht, wir fahren einfach mal zur Militärbasis und klauen irgendwas, was da ist, wir wissen nicht, ob dann, au, wir wissen nicht, ob der kommt zurück, ich bin bei dir. Ja, ich brauche ein Fahrzeug. Ja, hier ist eins, ich steig bei mir ein, und dann holen wir uns, äh, und dann holen wir uns noch. Aber dein Fahrzeug ist ungerade die Straße runter, deswegen fahr die Straße. Achso, ja, dann mach das. Ich laufe schon mal entgegen. Boah, die Straße runter, das soll ich direkt. Ich bin, sie kann nicht dann mitnehmen. Okay. Straße runter! Hör, was bei dir? Arsch. Bei dir steht Pause. Ach, du bist gerade im Pausemodus wahrscheinlich drin, deswegen. Ich bin der Karte. Am Arsch ist das Auto in der Nähe. Ja, siehst du, dann steig einfach ein bei mir. Das Auto ist in der Stadt unten. Ja, ja, eben. Wo ist das? Vorsicht, ich war fertig. Hey. Steig ein. Okay, wir fallen zur Militärbasis. Ich muss nur gucken, wo es zur Militärbasis geht. Aber ich weiß das, ich muss nur auf der Karte das einmal markieren. Aber dener lass mich mal fahren, weil du bist das letzte Mal die ganze Zeit gefahren. Okay, dann fahr du. Ich leite dich dann. Okay, steig aus. Steig aus. Das ist falsch rum eingestiegen. Nee, es fliegt. Okay, gut. Ich sag dir, wohin du musst. Bei dir Pause, das ist übelst geil. Aber hier ist ein Laden. Guck mal, wollen wir den ausrauben? Okay, erstmal rauben wir den aus und dann machen wir das. Und dann rauben wir das. Guck mal, der ist der Pampa, hier brauchen wir uns nicht zu befürchten. Ey. Sonntagsfahrer, Alter. Mann, Mann, Mann. Hier habe ich mal ein Polizeiauto gesehen, dass man einfach so nehmen kann. Ja, aber das Auto ist schon ganz gut, glaube ich, gerade. Siehst du, das hat schon so ausgestellte Kotflügel und so. Mach schon ganz geil. Aussteigen. Okay, aussteigen. Ey, ich kann nicht aussteigen, doch. Ich habe ihn erst mal auf deinen Platz gesetzt. Warte, ich muss erst was zu trinken holen. Erst mal was zu trinken holen. Ja, danach kann ich immer noch was klauen. Erst mal hol ich hier mir eine Limo für einen Dollar, weißt du? Kesha. Ey, nicht so böse, Kev. Das ist ja voll, du bist ja voll mies drauf gerade. Das ist ja voll die negativen Vibes und die negative Energie. Das Ding ist, ich schieße immer neben den, dann ist der schneller. Was? Nein, du hast mich getötet. Der hat mich automatisch wieder geschlagen. Du, wieso hast du mich getötet? Ich wollte daneben schießen, der hat mich automatisch geschlagen. Alter, jetzt, jetzt, ne? Das war keine Absicht, Junge. Jetzt, jetzt bist du dran, mein Lieber, ja? Eins gegen eins, Deathmatch, wie geht das? Ich weiß nicht, es stand drücke für eins gegen eins, Deathmatch. Ich habe dich jetzt sozusagen zu einem Duell rausgefordert. Ja, aber wie nehme ich das an? Ich weiß, ich glaube, du konntest es nicht mehr annehmen. Irgendeine Taste bestimmt. Wie soll ich das annehmen? Ja, dann weiß ich nicht. Ey, fahr doch nicht weg, ich bin bei dir. Ja, aber warte, die Polizisten. Oh Gott, so viel Polizei. Ich hole dich, ich hole dich. Deine Einladung wurde abgelehnt. Kev ist zu feige für den eins gegen eins zu L. Kev ist zu feige. Also, ich komme ja schon. Also, bitte rein in die Kommentare. Kev ist zu feige für den eins gegen eins zu L. Nein, 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 nein. Ich bin ja schon drin. Okay, fahr los. Andere Richtung, genau andersrum. Oh Gott. Ja, rechts. Ich bin richtig drin. Leck, du warst noch vor der Tür, deswegen. Oh, jetzt habe ich auch drei Sterne, nur weil ich die drei Sterne von dir geerbt habe. Und weil ich mit dir chill denke, die, oh, wir geben ihm auch mal drei Sterne. Ich sehe deine Markierung auf der Karte. Du siehst meine Markierung auf der Karte? Ja, das ist ganz witzig. Du Stalker, ey. Oh, scheiße, wie fährst du denn, Kev? Das ist unser Tod. Scheiße. Was? Ja, ich schieße ja schon, aber... Ich bin außer Gefecht. Du bist außer Gefecht? Ja. Nein. Okay, scheiße. Ich bin auch gepackt. Ach du kacke, habe ich mich auch voll verrannt. Okay, wieso bist du denn so gefahren, wie du gefahren bist? Ja, das Ding ist, ich habe auf die Karte geguckt. Ich habe gerade nie auf die App geguckt. Was hat man gemerkt? Boah, ich bin voll im Nichts. Warte, hab ich drauf runter. Da unten sind Autos. Hä, wo bist du denn? Ich sehe dich nicht mal. Ich bin noch nicht geladen. Er lädt noch. Okay. Der Spiel, er lädt. Der Spiel, er lädt. Oh, schade, ich hatte gerade fast ein Polizeiauto geklaut. Aber ich bin jetzt schon bei der Straße. Ich sehe dich andersrum. Ich gehe noch in die andere Richtung. Hier steht sogar unser Auto. Ups. Ja? Wer hat ein Auto geklaut. Du? Ja. Ja, ist doch in Ordnung. Passt doch. Ich komme jetzt zu dir gefahren. Oder wo du auch immer bist. Ja, da. Wir fahren einfach zusammen, weil jeder von uns braucht ja ein Auto, ne? Oder nicht? Ne, am besten ist eigentlich, wenn wir in einem Auto sind, oder? Oder in zwei Autos. Meins cooler oder deins? Deins cooler. Komm rein. Ja. Wobei, eigentlich ist es auch gut, wenn wir zwei sind. Weißt du, warum? Weil, selbst wenn einer gekillt wird, lebt der andere noch. Ja. Aber wenn der mit einem Panzer, wenn wir eindringen in die Militärbasis und der Panzer auf uns schießt, weißt du, dann können wir uns verteilen. Ja, aber das Ding ist, kann sowieso nur einer in den Jets, ne? Ja, wir können auch zwei Jets klagen. Es sind ganz viele Jets. Und wenn die Jets nicht da sind, fahren wir halt Panzer. Ach so, Panzer kann ja auch... Das Ding ist, ist das genau wie Autoklauen, oder was? Ich weiß es nicht genau, ob da dann halt mehr Leute sind oder nicht. Ja, das Ding ist, weil ich sag mal so, ein ausgebildeter Militär, der sollte sich doch nicht einfach aus dem Panzer ziehen lassen. Doch, doch, das machen die. Das habe ich schon wieder gesehen. Habe ich schon noch ein Video gesehen. Noch drei Kilometer. Ey, hier ist irgendeine Aufgabe. Ja, nein, da kann man nur Waffen kaufen und T-Shirts. Aber wir können eh keine Waffen kaufen, außer das, was wir eh schon haben. Weil da müssen wir erst in Leveln aufsteigen und so weiter. Da müssen wir Missionen machen. Aber erstmal möchte ich mir, äh, möchte ich eindringen da an die Militärbasis. Und ich brauche ein besseres Auto. Was machst du denn? Der hat nicht gerammt, der Penner, alter. Nein. Nein, ich war einfach schlecht. Richtig. Der Wagen ist zu langsam, den ich habe. Ja, vielleicht ist er schon kaputt. Meiner ist auch nicht besonders schnell. Man braucht einen, man braucht einen Wagen. Ey, Leute, eine Tür liegt hier. Ja, die habe ich verloren. Kannst du sie mir mitbringen? Man braucht nämlich einen Wagen, der diese, der, wo der Auspuff so brennt. Das sind die schnellen Sportwagen. Ey, ist schon wieder einer, der einfach brennt. Ne, wenn man, wenn man richtig ist, dann, oh scheiße, oh was, oh, aber perfekt gelandet. Ne, wenn man perfekt fährt, geht es auch mit den meisten normalen Wagen. Ja? Aber ja, aber ich bin jetzt hier bei der Hauptstraße, hier sind ja viele schnell. Warte, ich stoppe hier eins. Oh, scheiße, war zu schnell, um eins zu stoppen. Aber okay, jetzt bleibe ich hier einfach stehen. Warte, die wollten mich umfahren. Oh Gott. Wieder mich einfach mies. Das ist ein Sportwagen. Ja, aber die wollte ich, was, aber werf mich nochmal? Nein, 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 nein. Der Weiß hat mich fast gekillt. Wieder Weiß, die haben wir gekommen. Warte, die Weiß nehme ich auf. Ich habe einfach mal einen Bugatti. Ne, doch nicht. Hey, sorry. Du bist totgefahren. Boah, es ist ein guter Wagen. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Okay, wir nehmen dir. Will ich haben. Nein, oder ist das ein guter Wagen? Doch, der reicht. Ah. Okay. Ich habe ein Audi A8. Ah, nee, deiner ist besser als meiner. Guck, wie schnell deiner beschleunigt. Ey, auf deine Tür. Ich will die Tür zumachen, aber es geht nicht. Die Tür geht einfach nicht zu. Ey, du bist an mir vorbeigefahren. Aber auf der Seite geht es doch nicht mehr vom Tunnel. Wir müssen andersrum fahren. Habe ich gestern vielleicht schon auch gemacht. Ja, du bist gar nicht, ich bin gar nicht schneller als Zug. Ich komme nicht an dich ran, ich verfolge es. Ich muss länger anfahren als du. Ja, ja, aber du hast eine höhere Endgeschwindigkeit, glaube ich. Okay, warte jetzt. Warte, fack. Warte, fack, Mann. Alter Vater. Bamm, Alter, Frontal. Und ich bin nicht rausgeflogen, Junge. Nicht rausgeflogen. Okay, warte, ich dreh schon. Die Autos waren im Multiplayer viel schneller, ne? Viel, viel schneller. Also nicht die eigenen, sondern halt die NPCs. Die fahren viel schneller, das finde ich viel geiler. Oh, wie viel Anschwung. Ne, das reicht voll von hier. Also bei meinem reicht es nicht. Ja, da haben wir die Tür abgefahren. Schade. Okay, ja, stimmt, ich war auch ein bisschen wenig. Ich fahre noch ein bisschen zurück. Aber nicht so ewig weit. Also bis hier zur Abzweigung fahre ich. Ne. No risk, no fun. Yola molla. Okay, gehst du? Okay, weh, stopp dich jetzt. Fahr mal bitte zur Seite, ich habe schon eine gute Geschwindigkeit. Okay, gut, ich fahre zur Seite. Ich fahre in der Mitte gerade. Fahr gerade in der Mitte. Fährst du vorbei? Ich fahre vorbei, ja, ich bin jetzt hoch. Bist du an mir vorbei schon, ne? Geh. Hey, du bist ja hinter mir, ich bin vorher. Fuck. Was ist los? Wieder irgendwo gegen gefahren, Alter. Ich brech ab beim Versuch. Ich traue mich nicht alleine da reinzuspringen. Ja, mein Wagen ist schon im Arsch. Ich brauche einen neuen. Ja, okay, dann halt dir einen an. Halt dir einfach einen an. Das ist kein Sportwagen. Da ist ein Sportwagen. Ja, hol dir den. Und dann fahren wir direkt nebeneinander an. Hier, ich bin bei dir. Das ist der gleiche, den ich hatte. Ja, der reicht aber eigentlich auch. Ja, der müsste reichen. Okay. Das Ding ist, deiner fährt schneller an als meiner. Deiner hat ja auch diesen brennenden Ausbruch. Ja, das ist schon so ein geiler Wagen. Du kannst schon wenden. Aber ich wollte mit dir zusammen starten, dann starte ich langsamer. Das wäre geil, da weißt du, wenn wir direkt so hintereinander so wusch, wusch. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Okay, so ab hier. Okay. Ciao. Achem. Abfahrt. Ach, du hast schon gewendet. Attacke, ich fahr schon. Okay, okay. Ach so, ich sehe dich, ich sehe dich. Ja, ich bin direkt hinter dir. Ich bin direkt hinter dir, Kev. Oh, so lange wie möglich musst du aber auf der Straße bleiben, ne? Okay. Okay, Kev, das wird geil. Oh, das wird geil. Oh, das wird epic. Schnell, was auf, du hast es gerade so gesprungen, das ist nicht gut. Okay, manchmal fail ich immer auf den letzten Meter. Oh, das geht ab. Okay, Kev, okay. Oh, du schaffst es nicht. Nein. Du hast es nicht geschafft. Du hast es nicht geschafft. Bist du rüber? Ja. Ich bin rüber. Da war einfach einer Huckel. Ich habe vier Sterne. Ich riech die. Geist, was tue ich denn jetzt? Oh Gott. Komm schnell zu mir, Kev. Komm schnell zu mir. Geist, ich meiste. Kurz hat einen Anschwung. Okay. Fuck, er ist auf den Strand gefahren. Nein. Kivi, Kilian ist da. Der Panis hat mich abgeschossen. Kivi, Kilian ist neben mir. Kivi, Kilian spielt gerade? Hallo, Kilian. Der hat mich gerade gerammt. Hä? Der hat mich gerade gerammt, Alter. Was macht er denn? Boah, ich bin im Nichts. Ich bin im Nichts. Dabei wollte ich zu dir. Warte, mach ich jetzt auf. Wie komme ich denn jetzt zu dir? Oh Gott. Ich bin im absoluten Nichts einfach mal. Ich hole mir jetzt erstmal ein Taxi. Ich bin drin. Ja, sehr gut. Aber ich war auch schon drin. Aber dann bin ich gestorben. Dann bin ich einfach gestorben. Scheiße. Ein Auto wird mit dir bald. Ich habe mir ein Taxi bestellt. Oh, ich weiß nicht, wohin ich hin muss. Ich weiß auch nicht. Aber irgendwo stehen da auf jeden Fall die Sachen. Aber ich musste mir jetzt erstmal ein Taxi bestellen. Der startet gerade. Ja, dann fahr hin und bremst ihn ab und klau dir den. Den kann ich abbremsen? Ich weiß es nicht, oder? Du musst hier jemanden nehmen, der steht. Ich muss erstmal warten, dass hier ein Taxi vorbeikommt. Aber der sagt, ein Taxi muss gleich bei ihm sein. Oh, das ist ein Taxi zu mir gekommen. In den Sumpf ist er gefahren. Oh, voll nett vom Taxifahrer. Dafür klau ich das Taxi jetzt erstmal. Hier ist eins. Hä? Nein! Oh, ich bin aus dem... Wie soll ich hasse es, wenn der aus dem Wagen springt? Wenn ich oben auf Y drücke, soll der Wagen anhalten und rausgehen und nicht rausspringen. Jetzt hat er sich selbst außer Gefecht gesetzt. Ich nehme... Alter, wo bin ich hier? Den, hol mich ab! Ich will dich abholen, aber ich kann nur Taxi fahren irgendwie. Warte, warte, ich bin praktisch neben dir. Du bist neben mir? Ja, sag sie ein. Warte, mach mal einen Taxi-Job. Nee, ich fahr ja gar nicht. Warte, als Fahrgast einsteigen. Als Fahrgast einsteigen. Wie nehmt, der fährt... Oh nein, der macht das Auto kaputt. Der ist doch blöd. Was macht der denn? Okay, wir steigen aus. Wir killen den, okay? Au! Der fährt! Nein! Nein, wieso fährt der denn? Okay, das war unser Auto. Das war unsere Chance. Das war unsere Chance. Stell nochmal ein Taxi. Ich stelle nochmal ein Taxi. Aber wir haben jetzt Sterne, dann kann man nicht mehr Taxi bestellen. Ich hab keine Sterne. Dann musst du Taxi bestellen. Einfach anrufen. Einfach anrufen. Aber ich glaube, da hinten kommen auch schon irgendwo andere an. Da hinten kommt, glaube ich, eine Polizei an. Die klauen wir uns dann einfach. Okay? Da hinten kommt eine Polizei. Lauf dahin. Da ist die Polizei. Oh, das ist sogar ein geiles Polizeifahrzeug. Komm, wir klauen uns da schnell. Killen, killen, killen. Killen, pass auf, das sind richtig gute. Okay. Der erste Tod. Beide down. Nee, nee, deine lebt noch. Nein. Ich hab doch nicht das eine noch. Oh, jetzt. Okay, gut. Reiner. 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 Das ist ein Militärfahrzeug, Junge. Ja. Richtig geil. Wir haben Militärfahrzeug. Scheiße, aber okay, das schaffen wir trotzdem. Wow. Wow. Vielleicht können wir hier hochfahren. Nein. Okay, doch nicht. Vielleicht können wir hier hochfahren. Nein, das geht, hier ist sowieso ein Zaun. Das lohnt nicht. Fack, 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 fack. Okay. Du lebst doch noch. Du lebst doch noch. Ich spiel die weg. Pass auf. Oh. Oh, scheiße. Oh, scheiße, oh, scheiße. Der Fahrer gekillt, oder? Ich weiß nicht, ja, fährt er noch? Nee, ich glaub, der fährt noch. Aber okay, wir fahren einfach aus. Du fährst uns gut. Ich fahr einfach hier geradeaus. Warte, ich fahr geradeaus. Dann kann ich die killen. Ich fahr bitte geradeaus. Aber ich kann auch hier so direkt am Zaun längst fahren. Ja, fahr bitte geradeaus. Du darfst, Alter, du wendest viel zu oft, Deiner. Ah, nee, fahr einfach geradeaus. Ich muss hier um die Ecke aber fahren. Ich muss hier um die Ecke fahren. Dann sind wir gleich wieder an der richtigen Seite. Wir müssen tauschen. Ich hab jetzt schon 300 Munition verschossen insgesamt bei diesen zwei Folgen. Okay, warte, wir tauschen, wenn ich gerade, stehe ich gerade aufrecht, ja. Wir tauschen, sobald eine ruhige Minute ist, dann sofort tauschen wir. Warte, okay, hier müssen wir noch vorbei. Wir sind gleich auf der Hauptstraße. Dann können wir uns beide wieder ein Auto klauen und einfach sofort in die Militärbasis reinballern, okay? Ja, direkt stehenbleiben. Aber hier noch nicht, das ist zu nah. Wir müssen noch ein bisschen weiter wegfahren, damit wir am besten... Aber eins! Sobald eins ist, sagt Bescheid, dann drängen wir... Nein, pass auf, die sind gegen uns. Ja, sie stehenbleiben! Die Dinger sind gegen uns. Ja, und du sollst den Link fahren und kannst den Autos. Aber pass auf, der ist gegen mich. Ich kann ja nicht, der fährt mich in die... Der fährt in meine Richtung. Nein! Glaubst du dir ein Auto? Das ist ein Polizeiauto. Fuck, ich bin down. Ich dachte, das wäre ein normales Passantenauto. Ich laufe denen entgegen. Der Dauer, der Dauer sagt dich doch nicht, weil du dann sowieso stirbst. Aber ohne Munition kann ich sowieso nichts machen. Bringt doch sowieso nichts. Ja. Okay, warte, ich muss jetzt... Ah, mein Auto fährt fast gar nicht mehr. Ich brauche unbedingt, ich brauche unbedingt ein neues Auto, damit wir reinballern können, die Militärbasis. Ah, okay, die Kille haben das hier. Ja, hoffentlich nimmt er uns. Der soll uns mitnehmen. Der soll uns mit einem Auto mitnehmen. Ja, die Polizeiautos überfahren mich. Was? Ohne mich? Nein. Nein, äh... Nein, ich kann hier jetzt nur Nachrichten senden. Ich will hier mal aber gar keine Nachrichten senden. So. Ich wollte ihn anrufen, aber es geht leider nicht. Die hier vorne steht ein Auto, das klaue ich mir jetzt. Aber das sind nicht so gute Autos. Aber ist mir egal, ich muss jetzt irgendwas klauen. Boah, wie die alle auf mich schießen, Alter. Oh, richtig. Was ist das? Kilian, das ist Kilian. Der muss mich mitnehmen. Warum nimmt er mich nicht mit? Ich komme, ich bin vor dir. Na, ich bin tot. Ich bin tot, weil Kilian mich nicht mitgenommen hat. Der hätte mich einfach mitnehmen müssen, aber er wollte nicht. Ich will kein Polizeiauto rammen. Ich habe jetzt einen Stern bekommen für nix. Für Cashstein hast du einen Stern bekommen. Aber ich habe keinen Stern mehr. Ich habe keinen Stern mehr. Alter, ich habe jetzt zwei Sterne. Ich habe jetzt ein richtiges Grützenauto. Ich muss versuchen, jetzt in Vollspeed zu gehen, um ihn nicht rammen zu lassen. Ich bleibe jetzt hier einfach auf dem Highway stehen und warte, bis ein gutes Auto kommt. Und dann ballere ich da einfach rein. Oh, fuck, 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 mein Reifen ist weg. Mein Controller vibriert. Das ist nicht gut, Kev. Ich muss mal auf die Basis zukommen. Ich habe gar kein Auto bekommen hier. Au. Nein. Es langt nicht. Scheiße. Es langt nicht. Lena, es langt nicht. Das ist nicht gut, wenn es nicht langt. Aber ich habe auch selbst gar kein gutes Auto. Ich habe nur so ein SUV. Soll ich es mit dem probieren oder nicht? Mit einem SUV. Das wird schwer. Nein, hier stehen richtig gute Autos. Hier steht wieder dieser Audi A8. Das ist richtig gut. Was? Rennen. Das ist ein Cabrio. Ich fahre Cabrio, Kev. Summer Feeling, weißt du? Ja, hallo. Ich werde verfolgen. Ich bin bei der Militär. Nein, ich sehe mich nicht. Ich stehe auf. Erstmal das Dach aufmachen, ja? Bleib stehen. Lass dich nicht von der Polizei reinziehen. Ich stehe im Bus. Die finden mich nicht. Okay, warte. Ich muss einmal das Dach aufmachen. Auf dem Werk im Bus. Und ich stehe unten an der Straße. Ich mache erst mal das Dach auf, ja? Ich mache erst mal das Dach auf, damit man es auch hier. Ich habe nicht gesehen. Das ist nicht gut, Kev. Ja, ich versuche sie abzuholen. Wo bist denn du? Und dann ballern wir einfach zusammen rein in die Militärbasis. Ja, wo bist denn du? Kev? Wo bist denn du? Ich bin in der Nähe, glaube ich. Ja, wo in der Nähe? Ich sehe deinen Namen nämlich nicht. Doch. Das ist ein paar. Ich glaube ich. Auf der anderen Seite der Militärbasis. Ich kann nicht. Die Brücke durchfahren. Fahr die Brücke durch. Okay. Okay, warte. Ich habe eingestellt, dass du markiert bist. Aber irgendwie bist du nicht markiert. Komisch. Ja, doch. Fahr die Brücke durch und dann nach links. Okay, mache ich. Okay, ich hole dich ab. Okay. Und dann ballern wir einfach rein in die Militärbasis, ja? Ja, genau. Aber ich habe keine Munition mehr. Das heißt, wir müssen... Ich glaube, ich kann die Munition abgeben. Ja, und dann machen wir das so. Du hältst bei einem Jet. Ich springe raus. Genau, und dann fahre ich weiter und hole mir auch noch einen. Genau. Hä, direkt nach der Basis... Äh, ich sehe dich. Aber ich bin auf der Brücke drauf. Wie komme ich denn da runter? Warte, du kannst gar nicht am Rand lang fahren, ne? Nee, das ist hier echt so abgesperrt. Und da komme ich auch nicht hoch. Also so müssen wir mit dem Auto... Dann hättest du rumfahren müssen nach der... Ähm... Fahr mal... Ja, weil dann ist jetzt... Es sei denn, du kannst da hinlaufen vielleicht. Weil du kannst hier hochlaufen. Ich kann da nur nicht mit dem Auto runterkommen. Ich bin jetzt gleich bei der Brücke. Machen wir das. Keine wieder springen. Das Geile ist, je öfter man sprintet, desto länger kann man sprinten, ne? Ja, das ist gut. Das gefällt mir eigentlich. Weil du trainierst, weißt du? Mal du trainierst. Ja gut, bleib doch auf der Brücke. Genau am Eingang. Ich bin gleich da. Ja, ich sehe dich da unten, Kev. Ich warte, auch wenn hier ein gutes Auto kommt, dann halte ich das an. Alter, ich habe... Loll, dadurch, dass ich die immer getötet habe, habe ich jetzt, ähm... Ähm... 30 Schuss von der AK. Ja, ja, die habe ich auch. Weil wir diesen Ranger, glaube ich, getötet hatten. Ja, die, die da Dings da waren, wo wir den Wagen geklaut hatten, hier in der Pampa, ne? Hier sind gute Autos. Ich halte ein gutes Auto für dich an. Ich habe... Hier sind zwei gute Autos. Doch, ich komme da nicht hoch. Hä, wenn du so ganz an der Seite herläufst, dann musst du hochkommen. Hä? Er will ja nicht hoch. Ah, doch. Doch, doch, das musst du schaffen. Irgendwie... Ah, okay, es geht irgendwie. Siehst du, du bist doch schon da. Nein, ich bin noch nicht... Aber ich sehe dich schon. Auf der Straße. Oh, jetzt. Vorsicht. Ich bin hier. Glaubst du, hier ist das Auto da? Ne, warte, die guten Autos sind weggefahren. Ich hatte da gute Autos. Mal gucken, ob noch eins kommt. Mal sehen, hier ist, glaube ich, ein gutes. Na, das ist nicht so gut. Au! Alter! Ich habe mein Leben für dich eingesetzt. Da, auf der anderen Seite. Aber der hat dich angehalten. Vorsicht. Au! Alter! Da ist ein gutes. Ja, holst du dir. Ich halte es auf. Der dahinter, ne? Ja, der weiße. Sehr gut. Ach, der, ja, ja, das ist derselbe, den ich auch hatte. Das ist der Blauwagen, Alter. Audi A3. Was ist das, A3? Ja, Audi A8. Wir haben es ja genau dasselbe Auto. Haben wir meinte, es ist auch nicht kaputt. Jetzt fahr rechts. Fahr rechts, Fähler. Nein! Oh Mann, du bist dumm, Alter. Du wolltest doch schaffen. Mein Auto ist kaputt. Wenn du einmal das Feld kaputt hast, dann darfst du wieder suchen. Mein Auto ist kaputt. Ja, nö. Ich lasse mich nicht rein. Mein Auto, meine Reifen sind richtig kaputt. Aber er fährt noch relativ schnell. Aber schneller als das kann ich nicht. Du musst wieso bei mir einsteigen, ne? Wieso? Wollen wir ja zusammen fahren, dachte ich. Ja, jetzt wollen wir eh zwei Autos haben. Ich dachte, damit wir nicht suchen müssen, dann werden wir eh zwei Autos haben. Achso, ja, okay, 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 okay. Aber mein Auto ist zu schlecht. Nur wenn ich jetzt schnell ein gutes anderes Auto finde. Schnell, das reicht. Ja, aber ich kann das nicht so gut lenken. Der Effekt reicht hier, ne? Hier ist ein gutes, hier neben ist ein gutes. Ich muss nur anhalten. Okay, warte, ich habe genau dasselbe Auto. Hast du ein Cabrio? Ja. Ich habe auch ein Cabrio. Ich muss jetzt nur erst das Dach aufmachen. So. Dach aufmachen. Wann kann man das Dach auf? Mit, äh, mit, äh, nach rechts drücken. So wie Licht, nur lange drücken. Okay. Ohne Weg. Mach es zu. Nee, du musst nur einmal kurz drücken. Und dann geht's auf. Du musst kurz warten, dann geht's auf. Also neben mich und wir fahren versetzt los. Also du zuerst und dann ich. Ja, warte, ich habe mein Dach wieder zugemacht, weil ich zu schnell verglaufe. Weil das kann man nur bei einem... Warte, kurz, warte, noch nicht losfahren, noch nicht losfahren. Warte. Ja, will mein Dach nicht. Warte auch jetzt. Synchron, Synchron, Dauerwarte. Okay, und dann los ist es. Ah, go. Wir mussten noch ein weiteres Stück jetzt, okay. Wir haben genug Abstand. Okay, go. Wehe, du rammst. Alter, wehe. Ja, und wehe, du rammst irgendein Auto. Wir müssen das jetzt schaffen. Jetzt geht's kein zurück, ja? Ja. Wir müssen das jetzt schaffen. Es darf keiner zurückbleiben. Keiner darf zurückbleiben. Wir müssen jetzt unbedingt da oben reinfahren, einfach mal. Okay, pass auf. Ja. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Und jetzt... Nein, ich fahr nicht so gut, aber ich schaffe es. Ich schaffe es. Nein, ich schaffe es nicht. Okay, was machst du denn? Warte, ich nehm den Vordereingang einfach. Pass auf. Okay, benutzt den Vordereingang. Ich warte hier beim Ende der Landebahn, damit ich nicht sofort gekillt werde. Okay? Was, 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 was? Da fällt ihr runter. Okay. Okay, ich lebe. Du lebst noch? Ja. Bist du schon reingefahren? Nein, nein, nein. Ich warte hier jetzt einfach. Ich fahr jetzt in den Eingang. Wieso habe ich Sterne? Ihr habt doch gar nichts gemacht. Aber du bist schon drin? Nein, ich habe schon Sterne, aber ich habe noch nichts gemacht. Aber du bist immer noch nicht drin? Nein, ich nehme den Frontaleingang. Ich war doch oben auf der Brücke. Der ist doch ein bisschen weiter weg. Achso, okay. Du hast mehrere Frontaleingänge. Achso. Sag, wenn du... Es geht bei dir bei den Seiten. Wenn du nimmst der Schrank, ja? Ja, sag hin, dann komme ich nämlich zu dir gefahren. Ey, geh mal der Schranke durch. Okay, also auf der anderen... Was? Die geht nicht auf, die Schranke. Du fahr einfach durch. Du musst einfach dagegen fahren. Nein, Fingerplayer geht die nicht. Multiplayer geht die nicht auf. Was? Dann hole ich dich ab. Ich bin gleich bei dir. Die geht nicht auf, die Schranke. Warte, ich such dich. Ich bin dagegen gefahren. LOL. Nee, du bist unten. Du trinkst nicht über mich. Hä? Du trinkst über mir. Nein. Scheiße. Und mein Warten ist zu drin. Oh Gott. Oh Gott, Kev, wie komme ich denn jetzt zu dir? Du bist irgendwie... Ich bin über dir irgendwie in der Etage. Du kommst an der Seite rein. Gibt es irgendeine Möglichkeit? Ja, da kannst du eigentlich... Genau, da musst du eigentlich reinfahren. Vielleicht kannst du das nicht mit... Wenn du eigentlich mit Schwung dagegen fährst, dann muss das gehen. Ja, das war beim... Beim Singleplayer war das so. Aber das ist genauso wie beim Flughafen. Da ist das auch anders, weißt du? Dass man da auch nicht reinkommt. Ja, genau. Da gehen die Schranke auch nicht auf. Na scheiße, was mach ich denn jetzt? Oh nein, wir sind im Panzer. Wenn ihr was du willst, ich nehme Schwung und versuch's nochmal. Okay, aber hier ist schon ein Panzer, der auf mich schießt. Ich werde nicht lange überleben. Aber da ist ein Kampfjet. Mit dem Glück schaffe ich den Kampfjet. Oh. Nein, ich schaff's glaube ich nicht. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich bin schlecht ausgestiegen. Ich bin schlecht ausgestiegen. Wenn jetzt der Panzer kommt, dann bin ich tot. Verkauf ich auf vier Sterne. Ich steige ein in den Kampfjet. Ich steige ein in den Kampfjet. Aber da hinten ist schon der Heli. Äh, da hinten ist schon der Panzer. Äh, der andere, der Panzer. Ich steige ein. Ich sitze drin. Aber der Panzer kommt angefahren. Flieg. Ich hoffe es ist, ich fahr los. Ich fahr los. Flieg, flieg, flieg. Ich heb schon ab. Ich heb ab. Ich habe mich geschossen, aber ich bin abgehoben. Ich fliege. Ich bin im Shuttle. Ich bin gleich oben. Aber warte, oh nein, ich brenne. Nein, ich bin tot. Ja, ich bin im Gelände. Nein, ich bin im Zwischengelände bin ich. Ich bin kurz geflogen, aber dann haben die mich abgeschossen. Doch, ich bin im Gelände. Ich bin im Gelände. Ja, gut. Aber ich bin tot leider. What? Oh nein. Wo sind hier die Flussleute? Mein Sport ist immer so scheiße, direkt daneben. Das ist so mega nervig. Wo sind die Jets? Die Jets sind in einem Hangar. Also ich habe meins in einem Hangar geklaut. Also ich habe meins hier geklaut gehabt. Wo hast du es geklaut? Da, wo ich jetzt bin. Da steht keinem. Ja, da steht auch nicht immer eins. Manchmal steht es halt und manchmal halt nicht. Da ist eins. Oh shit. Wie komme ich denn jetzt hier rein? Ich glaube, hier komme ich nicht rein. Oh, ich habe auch leider kein Messer oder so, um das durchzuschneiden. Ich weiß noch gar nicht, ob das geht. Ich bin so richtig am... Was machst du da? Steige ein, du Penner! Ja! Er macht den Prozess! Los, holst du, holst du. Ich versuche auch wieder einzudringen. Ich versuche hier wieder einzudringen. Ich springe jetzt hier einfach runter. Äh, auf, äh, auf, äh, auf die Autobahn. Nein! Was? Gerade wo ich starten wollte, ich war dritten. Und dann ist was kaputt gemacht? Außer Gefecht. Headshot. Ah, das wurde mir gar nicht angezeigt. Ich glaube, jetzt wieder ein Auto und fahre auch wieder rein. Mann, nee, lass jetzt einen Cut machen, würde ich sagen. Ah, okay, wir schaffen es an dieser Folge nicht. Das schaffen wir an dieser Folge nicht. Wir werden da weiter dran arbeiten. Ja, ja. Ob wir nächstes Mal, ob wir das machen, weiß ich nicht. Vielleicht habt ihr noch eine bessere Taktik für uns, wie wir das machen. Genau, schreibt es in die Kommentare. Und schaut natürlich bei mir, weil es anderen vorbei, weil irgendwie wurden wir dieses Mal getrennt. Das heißt, eine spannende Sicht findet ihr selbstverständlich dann auch bei Dena. Richtig. Link ist unten in der Beschreibung. Dann kommt ihr auch zu Kefs Sicht und schaut euch beides an. Mega geil, oh. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Jungs. Nächste Folge geht es weiter. Schreibt uns Vorschläge, was wir alles machen sollen. Rein in die Kommentare. Und, äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt geil, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.